Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Schneechaos gab es ja zum Teil am Abend und in der Nacht in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt ist der Osten von zum Teil kräftigen Schneefällen betroffen. Aus Osten schiebt sich nämlich jetzt ein neues Schneefallgebiet herein. Und das wird die Oder entlang und im Erzgebirge bis morgen Abend zum Teil für 25 bis örtlich 35 Zentimeter Schneesorgen. Dazu gibt es Schneeverwehungen und die Kollegen der Unwetterzentrale waren eben schon für diese Region. Auch der Bayerische Wald davon betroffen. Auch dort heftige Schneefälle. Das Ganze verlagert sich dann morgen weiter nach Süden. Und Sie sehen auch auf dem Niederschlagswolkenfilm, dass da eine ganze Menge hereinkommt. Und das hält sich dann eben auch eine Weile. Dementsprechend eben diese zum Teil ja wirklich erheblichen Schneemengen. Und das mit Winterzug kann für weiterhin chaotische Verkehrsverhältnisse sorgen. Jetzt in der Nacht eben, wie gesagt, kräftiger Schneefall oder entlang Erzgebirge runter bis zum Bayerischen Wald. Sonst fallen meist nur ein paar Flocken, ist auch zwischendurch immer wieder aufgelockert bewölkt. Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 9 Grad. Morgen Vormittag weiterhin Glättegefahr. Vor allen Dingen nach Osten und Süden hin, dann Richtung Bayern und Alpenrand etwas Schneefall. Nach Nordwesten noch ab und zu etwas Sonne. Auch im Laufe des Nachmittags vom Emsland runter bis in Richtung Eifel immer mal wieder kurz Sonnenschein. Zwischendrin gibt es vor allem nach Süden hin dichte Wolkenfelder. Und immer mal wieder Schneeschauer. Werden aber nicht die großen Mengen sein. Trotzdem sollte man sich überall auf glatte Straßen einstellen. Die Temperaturen sinken im Laufe des Nachmittags im Osten sogar noch. Diese Temperatur ist die Höchsttemperatur für Dresden morgen, beziehungsweise die Temperatur am Nachmittag. Da minus 10 Grad, weil im Laufe des Nachmittags eben kalte Luft einfließt. Sonst meist minus 1 bis minus 8 Grad. Nach Westen sind es meist minus 3 bis plus 1 Grad. Der Wind spielt eben auch eine Rolle. Deswegen auch die Schneeverwehungen. Und vor allen Dingen nach Nordosten hin im Mittel immer noch Windstärke. 4 bis 5 Morgen lässt dann im Laufe des Nachmittags etwas nach. Aber man sollte sich vor allem in der Nacht und auch morgen Vormittag auf Schneeverwehungen einstellen. Und dann kommt neuer Schneefall und zwar im Nordwesten. Und das schon im Laufe des Donnerstags. Zum Teil kräftige Schneefälle betrifft dann wieder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das Ganze zieht weiter nach Südosten. Am Freitag von Nordwesten her wieder Auflockerungen und weiterhin ziemlich kalt bei Temperaturen von minus 4 bis minus 2 Grad. Ihnen noch einen schönen Abend im Ersten. Tschüss.